Hallo und herzlich willkommen bei Nachbelichtet. Heute geht es wieder ums Thema Lightroom und eine der häufigsten Fragen die an mich gestellt wird ist, wie man den Lightroom Presets oder Vorgaben denn installiert. Also Presets heißt ja nichts anderes wie Voreinstellung oder Vorgabe und da gibt es jede Menge im Internet, also nicht nur auf meiner Seite nachbelichtet.com kostenlos, sondern auch auf vielen anderen Seiten und hier habe ich zum Beispiel sechs Lightroom Presets zum kostenlosen Download. Die sind als ZIP Datei zusammengefasst und hier ist der Download Link und je nachdem welchen Webbrowser ihr benutzt und welches Betriebssystem kann man die hier runterladen. Ich gehe hier mit der rechten Maustaste drauf und sage verknüpfte Datei laden unter. Dann wird mir diese ZIP Datei heruntergeladen und ich habe sie hier schon mal auf meinem Desktop gespeichert. Das ist hier diese ZIP Datei mit diesen sechs Lightroom Presets und auf dem Mac muss ich die nur doppelt klicken, dann wird die entpackt. Wenn ihr Winzip benutzt oder 7zip, dann wisst ihr eh wie ihr das machen müsst. Jetzt habe ich hier diesen entpackten Ordner und da sind diese sechs Lightroom Presets enthalten. Die haben als Dateiendung LR Template. Das ist unter Mac und Windows gleich und wenn ich die jetzt installieren möchte, gehe ich zurück in Lightroom. Ich habe hier Lightroom 4. Es sind auch Presets für Lightroom 4. Da muss man aufpassen. Also ihr könnt Lightroom 3 Presets unter Lightroom 4 benutzen oder Lightroom 2 Presets unter Lightroom 3. Was aber nicht funktioniert ist, von einer höheren Version die Presets in einer niedrigeren Version zu nutzen, weil es kommen immer wieder neue Einstellungen in den neuen Lightroom Versionen dazu. Und das geht dann natürlich nur mit der entsprechenden Version, mit der diese Presets erstellt wurden. So, zurück zu Lightroom. Wir wollen die Presets installieren. Dazu geht man hier ins Entwickeln-Modul oder drückt die DORA-Taste für Development. Dann kommt man hierzu ins Entwickeln-Menü. Auf der linken Seite ist hier dieses Vorgaben-Menü. Und wenn ich jetzt ein Preset installieren möchte, klicke ich einfach hier irgendwo mit der rechten Maustaste auf dieses Menü und sage Importieren. Ich kann es noch eleganter machen, indem ich vorher auch einen neuen Ordner anlege. Das mache ich mal gleich. Also hier ein neuer Ordner, den er nicht nachbelichtet und erstelle den. Denn dann habe ich diesen neuen Presets auch schon gleich mal in diesen Ordner hier importiert. Und um jetzt die Lightroom Presets hier herein zu bekommen, klickt man nochmal auf den neuen Ordner, klickt hier auf Importieren. Ich gehe hier auf meinen Desktop in diesen Ordner mit diesen sechs Lightroom Presets, wähle alle aus, klicke hier unten Importieren. Und nun habe ich diese Lightroom Presets in diesem neuen Ordner alle zur Verfügung. Ich kann mir diese Ordner natürlich auch irgendwie anders anlegen. Es kommen ja schon einige Presets hier von Lightroom mit, also nach Schwarz-Weiß-Vorgaben und so weiter. Wie ich das organisiere, das ist jeden selbst überlassen. Man kann das thematisch sortieren oder nach der Seite, wo man das Ganze her hat, wie auch immer. Das bleibt euch überlassen. Aber so funktioniert der Import. Also einfach hier links irgendwo reinklicken, entweder neuen Ordner erstellen oder gleich importieren. Den Ordner mit den LR-Template-Dateien auswählen, auf Importieren klicken und schon sind diese Lightroom Presets installiert. Ist also ganz einfach. Nächster Tipp, den ich euch geben möchte, ist, wie man eigene Presets erstellt. Ganz einfach, weil alles, was ich hier auf der rechten Seite im Entwicklungsmenü einstellen kann, kann ich auch als meine eigene Vorgabe speichern. Das heißt, wenn ich hier dieses Bild habe und möchte hier einen blaueren Himmel haben und möchte zukünftig immer diese Einstellung haben, um einen blauen Himmel zu bekommen, dann nutze ich eben hier diese ganzen Einstellungen, die ich zur Verfügung habe. Ich fange hier einfach mal an mit der Dynamik und bringe hier etwas mehr Farbe rein. Gehe runter in die Farbeinstellungen, gebe hier etwas weniger Luminanz in den Himmel. Dadurch bekommt das Blau mehr Kontrast. Ich gehe hier nochmal an die Sättigung beim Blau und drehe hier die Sättigung auf. Soll jetzt nur ein Beispiel sein, soll nichts Tolles passieren. Ich könnte jetzt natürlich auch weitergehen und könnte hier die Klarheit einstellen. Ich könnte die Belichtung korrigieren, wobei die Belichtung ja sehr stark davon abhängt, wie ich das Bild fotografiert habe. Wenn ich das jetzt hier alles habe, gehe ich wieder rüber in die Vorgaben, klicke hier auf das Pluszeichen und dann kommt das Menü, wo ich mein Preset abspeichern kann. Lightroom möchte von mir einen Namen dafür, den kann ich mir frei wählen. Ich nenne es einfach mal Testpresets. Könnte hier jetzt auch wieder einen Ordner auswählen oder könnte mir einen neuen Ordner anlegen. Mache ich auch mal. Nennen einfach Test erstellen. Dann werden alle Presets hier in diesen Testordner abgespeichert und nun kann ich hier unten mit diesen ganzen Kästchen einstellen, welche dieser Einstellungen hier möchte ich denn überhaupt in meinem Preset drin haben. Ich wollte eigentlich nur einen richtig schönen blauen, kontrastreichen Himmel und das möchte ich als Preset haben. Ich möchte aber nicht die Belichtungseinstellung, weil wie gesagt, die unterscheidet sich ohnehin bei vielen Bildern. Also gehe ich erstmal hier unten hin und sage nichts auswählen. Ich will erstmal gar nichts in den Presets speichern. Und nun gehe ich gezielt her und wähle die Parameter aus, die ich als Preset abspeichern möchte. Das war zum einen die Farbeinstellung. Also wir haben nur die Dynamik eingestellt, aber ich könnte jetzt hier die Farbkorrekturen mitnehmen und die Sättigung oder eben nicht, weil wie gesagt, wir haben eigentlich nur die Dynamik eingestellt. Ich möchte die Farbbehandlung abspeichern. Das war also praktisch das Üben, wo wir die Luminanz von Blau gesenkt haben und die Sättigung von Blau erhöht. Das war also die Farbbehandlung. Und ansonsten möchte ich davon gar nichts weiter speichern. Ich möchte nicht diese Belichtungseinstellung speichern, die ich noch gemacht habe. Wenn ich irgendwelche anderen Einstellungen noch gemacht habe, wie Rauschreduktion oder so, die möchte ich vielleicht auch nicht in dem Preset mit drin haben. Mein Preset soll eben nur dieser knackig blaue Himmel sein. Und das habe ich jetzt hier gesagt. Also bitte nur Farbbehandlung und die Dynamik abspeichern erstellen. Und nun ist in meinem Preset eben genau diese Einstellung für diesen blauen Himmel drin. Und wenn ich irgendein anderes Bild hernehme, zum Beispiel das hier. Ich setze das mal zurück. So, das ist das Ausgangsbild. Und ich gehe jetzt auf mein Test-Preset mit dem blauen Himmel. Dann sieht man hier, der Himmel wird blauer, als er vorher war. So. Und diese Einstellung ist jetzt in meinem Preset enthalten. Diese Presets kann man aber noch viel sinnvoller einsetzen. Wenn ich zum Beispiel mir Presets erstelle für meine verschiedenen ISO-Werte, kann ich mir Presets machen, in der nur die Rauschreduktion eingestellt ist und vielleicht ein bisschen schärfen für den entsprechenden ISO-Wert. Normalerweise, wenn ich hier ein Bild öffne mit einer hohen ISO-Einstellung, dann mache ich hier meine ganzen Einstellungen, damit mir das Bild gefällt und ich gehe jedes Mal wieder her, gehe hier auf die Rauschreduzierung, stelle das jedes Mal für das Bild wieder ein. Wenn ich aber ein und dieselbe Kamera benutze, sind die Rauschmuster für jede ISO-Stufe im Prinzip immer gleich. Das heißt, wenn ich weiß, das ist ein ISO-1600 Bild wie hier, dann kann ich einmal hergehen und sagen, okay, ich mache mir einmal eine Einstellung für meine Rauschreduktion, wie auch immer die ist, gehe auf Vorgaben, sage zum Beispiel meine Kamera D7000 ISO 1600, lege mir einen neuen Ordner an, der könnte eben heißen D7000 ISO und jetzt möchte ich eben nur die Einstellungen zur Rauschreduzierung abspeichern. Das heißt, ich möchte weder Farbbehandlung noch irgendwas hier speichern, gehe hier auf nichts auswählen oder wähle eben alle Sachen von Hand ab, gehe auf meine Rauschreduzierung und hake nur diese an. Jetzt habe ich nur die Einstellungen für die Rauschreduzierung in meinem Preset und wenn ich jetzt mehrere Bilder habe, zum Beispiel mit ISO 1600, kann ich die alle miteinander auswählen, klicke auf mein ISO 1600 Preset und jetzt ist schon mal die Rauschreduktion perfekt für alle Bilder und ich brauche mich nur noch um die weiteren Einstellungen kümmern. So ein Preset kann man für jede ISO-Stufe zum Beispiel anlegen, was man hier auch noch mitmachen könnte für dieses Preset. Statt nur der Rauschreduktion könnte man genauso gut noch die Schärfe hier mit einbinden. Man kann dann sagen, okay, wenn ich ein ISO 1600 Foto habe, das möchte ich vielleicht auch immer noch gleich so und so schärfen, dass es eine gewisse Grundschärfe hat oder ich könnte mir die Presets zusätzlich anlegen für meine verschiedenen Objektive, also für ISO-Wert und für Objektiv, dann könnte ich nämlich auch gleich die Profilkorrekturen mit in das Preset hineinnehmen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Schärfeeinstellung habe, die Rauschreduzierung und die passenden Objektivkorrekturen eingestellt habe, dann gehe ich hier, mache ein neues Preset, nenne das D7000, ISO 1600, Tamron 28 bis 75 2,8. Hier habe ich einen Tippfehler, das soll natürlich 75 heißen. und wähle jetzt zu der Rauschreduzierung für das Preset noch aus, Objektivkorrekturen, schärfen und die Rauschreduzierung war hier schon angehakt, erstelle dieses Preset und nun habe ich ein Preset. Wenn ich das aufrufe, wird mir das Rauschen für den ISO-Wert 1600 reduziert und die Objektivkorrekturen für mein Tamron 28 bis 75 2,8 eingestellt und noch ein bisschen Schärfen auf das Bild gelegt, alles mit nur einem Klick. Und um das Ganze noch interessanter zu machen, wenn man weiß, dass man zum Beispiel im Studio eine ganze Serie mit ISO 200 fotografiert hat, dann kann man beim Import schon hergehen, Fotos und Videos importieren und kann beim Import schon auswählen Entwicklungseinstellungen und könnte hier jetzt in die D7000 ISO reingehen, hätte hier ein vorher erstelltes Preset drin, ISO 200 D7000 und dann werden beim Import der Bilder schon diese Einstellungen angewandt. Das heißt, sobald ihr die Bilder importiert habt, ist schon mal das Rauschen reduziert und vielleicht, wenn man es genauso gemacht hat wie hier jetzt in diesem Beispiel, die Objektivkorrektur angewandt. Also das ist ein eigentlich sinnvoller Einsatz für Presets. Die eine Seite ist, es gibt tolle Effekte, die man damit sehr schnell realisieren kann, aber es ist auch eine Arbeitserleichterung, indem ich zum Beispiel immer wiederkehrende Sachen wie die Rauschreduzierung, das Schärfen oder die Objektivkorrektur in ein Preset reinpacke und somit auf Knopfdruck zur Verfügung habe. Das spart mir Zeit, die ich dann mehr zur Verfügung habe, wenn es um die kreative Bildgestaltung geht. Das war ein Tutorial zum Thema Presets, wie man sie importiert und was man sonst noch damit machen kann. Ich hoffe, es war interessant. Bis demnächst. Tschüss, euer Markus von nachbelichtet.com